Ich liebe die Sniper hier Merk mal, deine Kills übersteigen gleich meine So, jetzt siehst du vor mir Ich geh mal ran Jo Wobei ich eh alles schon hab Doch, jetzt krieg ich die Hammer, das gibt's ja nicht Egal Weißt du, was wir vielleicht auch noch bräuchten? Hm Ja Diese Dinger vor uns Ja gut, die können wir ja dann später noch holen Ich mein, ähm, aus der Kiste Die Zeitbombe Oh, oh Ich dachte schon, du bist weg gewesen Nö, nö Ich esse nur nebenbei Ah, okay Da hab ich dann immer nur ab und zu mal die Rechte Hand frei Oh So So easy Hm So, Punkte nehm ich noch mit Achso, ich hab sogar ne Dampfschleuder dabei Oh Ja Aber die hebe ich noch auf Hm 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 Ich müsste meinen Dampfschleuder noch holen Ja Schon wieder ein Nuke Oh, doppelt Nuke Oh, weißer Bildschirm Ja, das sag ich auch gerade Kommt euch wieder Jo Gab's hier Grabstein? Nein Nein Hm Äh Ich hab den Dampfschleuder gepackt Da Hm Zu spät gesehen, dass Instalkill ist und halt voll drauf, ey Ja Oh Oh, ich messer die noch mal weg Ja Die kann man's ja machen Ja Das Ja Ja Jetzt aber Hm Zeitbombe könnten wir echt gut gebrauchen, ey Ja Die Kiste ist, wo ist denn die, ist die oben? Nein Oben ist sie auch nicht Ach, die ist hinten bei, ähm, Eseltritt Hm Das ist deine Sniper, wa? Ha? Das ist richtig deine Sniper Ja Ja Ich liebe die einfach Äh, soll ich die Munition holen? Ja Fertig mit Nachladen? Äh, ja Warte Warte Maximale Munition Wer geht mal dafür verantwortlich ist? Los nicht aufhören Ich glaube, wir haben auch noch dieses Perk freigeschalten, dass wir nur eins verlieren, wenn wir sterben Meinst du? Hm, ich glaub schon Wär gut Ich glaub auf Buried haben wir beide sowieso alles freigeschalten für uns Hm Bis auf diesen Fallschaden Ja Ich hab den Geek dann grad mal gesehen und dann war er schon tot, ey Hm, hm, hm Was war unser Rekord hier nochmal? Boah, knapp 140 glaub ich, oder? Ja Aber es ist ja auch so einfach Hm Ich find das mit die einfachste DSC Map, die es gibt Dass sie das noch nicht weggepuncht haben Also weggepatcht meine ich Was? Ach Dass die nicht hier oben reinfallen Das ist glaub ich mit Absicht so Ich find auf der Map kann man auch keine Runden laufen richtig Kann man schon Aber Ist halt schwer Ja Dann leiten wir's machen Ja Zeit für ein bisschen mehr Kohle Wir Kürhach Na ja, Runde 15 läuft ja Hm Ich schmeiß mir ein paar Granaten raus. Sorry. C4, das wär so geil, wenn's hier C4 gibt. Oh. Das wär ein bisschen übertrieben, oder? Warum? Statt Granaten C4? Weil hier haben wir das Claymouse. Soll ich's holen? Sollten wir mal langsam. Warte. Shit. Ach ja. Du kannst zwar ruhig mit vorkommen zum Messer, wenn du Bock hast. Oh. Sail. Hm, ich würd sagen, noch nicht nehmen. Vielleicht kriegst du ja die Zeitbombe. Weil ich hab ja Affen, ich kann sie ja nicht nehmen. Ach ja, entweder warst du Affen oder Zeitbombe. Ich geh mal. Warte, ich komm mit, ich geb' der Deckung. Oh, okay. Jetzt wird's schwer. Komm, komm, komm. Oh. Oh. SMR. Unten ist wieder frei. Und, was hast du oben bekommen? Irgendso ne Schrot. Okay. Nein, 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 nein. Oh, shit, shit, shit. Warte, ich schmeiß einen Affen. Scheiß drauf. Alter Schwede. Hing ich an der Kiste fest. Oh, Munition. Hm, noch nicht. Können wir noch ein bisschen leerballern. Äh, die blinkt. Ich nehm' okay. Okay. Boah. Oh. Easy bis jetzt. Runde 17. Was ist Runde 17 für uns schon? Hm. Ach, nö. Sail. Jetzt kommt Sail, ey. Toll. Zu früh. Ja. Dieses Mal geh ich nicht raus, sonst sterb ich. Wir nuke. Hm. Nehmen oder nicht? Ach, nö. Auch mal eigentlich nicht, oder? Nö. Wir wählen die Flügel gestürzt, Fennel. Das war, oder? Ach, ich könnte dir als nächstes die Weine... Gibt bestimmt eh gleich wie ein Muni oder so. Wäre gut. Wäre gut. Ich hasse das, wenn immer die was droppen lassen. Und das stört dann immer beim Anvisieren, ey. Hm. Warte, 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 warte. Oh, oh. Ich geh' zeitbar besuchen. Ich spiel' mit dem Zombie. Die ist oben bei Eselstritt. Ach, doch, doch. Mhm. Ich hör' mir mal Claymore's. Juhu. Jetzt muss ich warten, bis du mit dem Zombie ein bisschen vorgelaufen bist. Schön mitgehen. Oh, nicht bei mir. Wo ist denn der? Hinter mir. Hab' ihn. Timebomb. Kommt schon. Und? Ja. Dauert noch ein bisschen, bis ich fertig bin. Ja, ja. Hab' ihn auf 15.000 zum Ausgeben. Denkst du, ob ich einen Crawler hinkriege? Probier's lieber nicht. Aber ja, du würdest er hinkriegen. Ich versuch's mal. SMR. Gibt's ja gar nicht. Der Typ überlebt die Handgranate. So gut. Crawler. Kannst du dir einen Riesen geben. Ah, da bräuchte ich wieder... Ah, Alkohol hab' ich, aber dann müsstest du mir den wieder rauslassen und... Ah, nee, das ist viel zu viel Stress. Hm. ...RPG. Ja, wenn nicht, dann... ...egal. Dann auch probier ich. Hab' erst drei Versuche oder so gehabt, weil es so ewig dauert, wie er... ...bis weg ist. Natürlich könnt' ich auch die Mark II wegpacken. Nein, behalt die, man. Okay. Wow. Wo kommt's denn jetzt hin? Das? Ich bin tot. Ahem. Was hat denn nur los hier? Äh, ich lieg beim Saloon. Toll. Was hast du verloren? Ach, dieses schnelleren Stemming-Up. Nein, ich wollte Doktor Nite erreichen. Deswegen. Jetzt haben wir dich wohl gehittet, wa? Nee, eigentlich nicht. Siehst du, wo das ist? Äh, ich glaub' ich hab's. Warte mal. Ja. Ich hab Doktor Nite. Was hast du denn? Zombie getötet? Ich weiß, aber ich hab Doktor Nite. Ich hab das bekommen, was ich wollte. Zombie getötet? Ah, Doktor Nite. Toll. Sorry. Hey, ich hab einen Down schon drauf, Mann. Ja. Ich weiß gar nicht, warum. Ich hab's für die Gemeinde getan. Gemeinden. Sicher? Äh, ja. Okay, an Glauben geht hier mal. Oh, Leck. Meine Waffe ist leer. Toll. Ich glaub, wir sollten uns mit den Schießen hier absprechen. Ja. Hey. Ja, mal kurz umsetzen. Ah, viel besser. Oh, oh. Leer? Nö, nö. Ey, der Messer hat andauernd daneben, Mann. Nee, der muss nachsehen, der ist ein bisschen alt. Ich hab schon wieder irgendwas freigestellt. Woll. Nein. Affe. Scheiße. Dumm. Das ist der erste Rassmant. Lol. Tanzt der bei dir auch in der Luft? Ja. Warte mal, wie waren denn nochmal Claymores? Auf 3, glaub ich. Ja. Ja. Boah. Na toll. Jetzt kommt Munition, wo ich's gekauft hab, ey. Kannst du nehmen, wenn du Bock hast. Ich glaub aber ab Runde 25 ist die Sniper für'n Arsch. Ich glaub, das war da so. Da geht's ja nicht mehr durch die Zombies so durch. Mhm. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Weißt du das noch, wo der Robin gesagt hat, er glaubt mir nicht oder uns, dass wir das hier hinten soweit schaffen? Mhm. Und dann haben wir es ihnen ja gezeigt mit Runde, ich glaub 42 oder so gleich. Ja. Er ist ja dort rumgelaufen. Ja. Er wollte ja oben in der Kirche irgendwie campen die ganze Zeit. Das war saueranstrengend, ey. Ja. Von vorne zwei Positionen und von der Treppe noch. Und von oben. Ach ja, von oben kamen sie auch noch. Ich brauch jetzt schon zwei Schüsse für einen. Ach, lecker. Ach, lecker. Der Nuke. Wisst ihr nicht? Okay. Wo? Das war immer noch angehittet. Na toll, die gehen gar nicht drauf. Was? Statt Sale hätten sie uns Munition geben können, ey. Ich glaub, das sind jetzt schon die neuen Summies. Ja. Da. Ups. Duh, däh, däh, däh. Ich hole mir mal schnell Munition So, das Geld habe ich jetzt fast wieder eingespielt Ich auch schon 30.000 Ich glaube ich habe